Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen kurzen Video. Ich bestelle ja ab und an bei Aliexpress und habe mir da jetzt auch mal spaßhalber wieder ein Messer bestellt, das angekommen ist und wo ich dachte, okay, einfach mal hierfür vorzuzeigen. Dafür bestelle ich eigentlich die meisten der Teile und dann mal sehen, was für den Preis drin ist und was nicht. Ich bin überrascht, vielleicht werdet ihr es auch sein, keine Ahnung, sehen wir gleich. Zuvor mal die Münze des Tages und da hätten wir den Pandabären. Trolliges Tierchen. Hier haben wir den Bambus. Das ist einfach eine schöne, tolle Glücksmünze und ganz schmal diesmal. Normalerweise haben die ein bisschen mehr. Die hier, die ist wirklich super leicht und schön schmal. Top-Tile. So, hier habt ihr ja wahrscheinlich oder habe ich schon ein Video drin gehabt, diese drehbare Münze mit dem Yin und Yang, die man auch auseinander holen kann im Notfall. Ah, natürlich das. So, jetzt. Genau. Magnet drin, Kugellager drin. Dann kann man die so schön zum Spielen benutzen. Genug davon. Kommen wir zu dem Messer. Und zwar, es gibt keine Artikelbezeichnung dazu. Das Teil kam jetzt hier an, in einer normalen schwarzen Pappkiste. Wenn man da rumstöbert und man kann sich da ja wirklich stundenlang, gerade was Stahlwaren und so weiter angeht, kann man sich ja wirklich stundenlang drin vertiefen. Und es ist ganz einfach ausgezeichnet gewesen unter hochwertiges Klappmesser, taktisches Messer, D2 Klingen, 420 Stahl G10 Griff. Das war alles. Also, da ist auch keine andere Artikelbezeichnung zu finden. Und ja, der Preis lag bei etwas über 15 Euro. So, jetzt ist das Teil da. Und dann schaut man sich das Ganze an. Ich meine, ein Pappdeckelkist, ok. Tütchen, ok. Aber jetzt schaut euch das an. So sieht das Teilchen aus. Also, wir haben hier auf der Seite A schwarze G10 Griffschale. Der Backspacer auch gleiches Material. Wir haben hier vorne Schraube mit einem schönen Muster noch drin. Sieht aus wie ein Haar. So, auf der Rückseite haben wir diesen, ja, das ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus, so, 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 dunkler halt, ja. Gehalten das Ganze. Hier wieder diese Verschraubung, diese Verkleidung von der Schraube. Tiptop. Passt sich dem Ganzen schön an, hier mit dem Muster. Sieht einfach wunderbar aus, ja. Wir haben einen Clip. Nicht versetzbar, aber, ja. Schöner Clip. So, Flipper. Kugel gelagert. Und dann kommt die Klinge raus. Und so sieht das Messer im Ganzen aus. Und da muss ich jetzt schon einfach dazu sagen, dass dieses Messer, diese Optik einfach, einfach genial ist. Also, mir gefällt es richtig, richtig, richtig gut. Das ist ein Flachschliff von oben bis unten durchgehend. Hier oben dieses, dieses abgesetzte, ja. Hoffentlich kommt es halbwegs so rüber. Ja. Okay. So, ja. Also, dieses abgesetzte, hier, tiptop. Ähm. D2 Stahl ist die Klinge. Und hier, das ist dieses, ähm, 420er Stahl. Daraus besteht hier diese Rückseite. Ja. Wir haben also, ein Liner-Lock. Wie gesagt, allein dieses eingefräste hier, diese, diese Struktur oben drauf, finde ich schon super. Haptik ist super. Äh. Man kann auch hier drüber fahren. Da sind keine Überstände. Da ist nix. Das fühlt sich richtig, richtig hochwertig an. Wie gesagt, Kugel gelagert. Schnurrt da raus wie eine 1. Klinge sieht fantastisch aus. Und da muss ich sagen, puh, da bin ich erst mal geflasht. Ganz im Ernst. Also, wenn so ein Teilchen zu so einem Preis hier rüberkommt, dann, boah, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Also, kommen wir zu den, äh, Features oder zu den Einzelheiten dieses Messers, ja. Wir haben eine Gesamtlänge von 21 Zentimeter. Damit sind wir wirklich, das ist kein kleiner Folder. Das ist wirklich schon ein ausgewachsenes Messer. Ja. Die Klinge beträgt 9,8, ja. Und das sieht man auch beim Griff. Wir haben hier, ja, richtig schön Platz. Wobei ich sagen muss, hier unten, Fingermulde, ja, eingekerbt hier bei der Form, äh, passt sich richtig gut an. Also, lässt sich richtig ordentlich in der Hand halten. Schön, vom Griff her. Und da wäre sogar hinten noch ein Stück Platz. Also, ja, sieht gut aus. Klingenrücken, ja. Abgesetzt. Rechts, links. Geschliffen. Also, ist glatt. Da sind keine Kanten. Da ist nix, was, eine ganz glatte Sache. Nur einmal rechts, einmal links das Ganze abgesetzt. Sieht fantastisch aus. Von oben, von der Optik her, einfach, einfach schön, ja. So. Dick sind wir hier. Dicke, 3 Millimeter. Auch ordentlich. D2 Stahl, wie gesagt. So. Und der Griff von der einen Seite haben wir den 420er Stahl hier. Mit diesem einen, oder mit diesem Muster drauf, ja. Was sich hier richtig schön auch mit diesen, mit diesen Verkleidung von den Knöpfen einfügt. So. Und auf der anderen Seite haben wir G10. Und wir haben ein Gesamtgewicht von 140 Gramm. So. Also, ich habe schon einige Sachen. Ich meine, ich habe ja auch schon die Messer vorgestellt, die ich bei Temu und bei AliExpress bestellt hatte. Für manchmal 7, 8, 10 Euro. Die waren absoluter Griff ins Klo, ja. Deswegen mache ich auch, wie gesagt, ich bestelle mir die. Und ich gehe bei den meisten Sachen gar nicht davon aus, dass das was richtig Gutes, Hochwertiges ist. Sondern, äh, meistens denke ich mir, okay. Guck's dir an. Und man sehen dann, was bei rüberkommt. Das hier hat mich jetzt wirklich überrascht. Ja. Also, das ist für das Geld, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Keine Ahnung, wo das gemacht wird. Äh, ja. Gibt's Filme dazu? Gibt's eine Reportage? Und gab es auch immer auf Arten lange Reportage dazu, wie diese Preise und wie diese Messer gemacht werden in irgendwelchen, äh, Gefängnissen, wo dann die Leute da sitzen und basteln den ganzen Tag dran rum. Kann sein, mag sein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, das hier ist für das Geld ein absoluter Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. Ist, äh, von der Qualität her, hier wackelt nix. Ja, da ist wirklich, das ist einwandfrei verbaut. Das ist ein super Messer und man kommt, out of the box kommt's raus und schneidet wie Gift, ja. Ist wirklich, oh, oh, ist wirklich, naja, jetzt aber nicht mehr. Doch. Ist wirklich fantastisch. Ist wirklich, äh, absolut genial. Ja, wie gesagt, wenn einem die Form, ist halt eben von der Form, von, von, von dem Ganzen auch ein bisschen was Außergewöhnliches, ja. Kein Standard. Aber, mir gefällt's richtig, richtig gut und ich bin schon am überlegen, ob ich das nicht in meinen Zeiger reinhole, weil, das ist einfach, das ist einfach ein schönes Teil. Tolles Messerchen, leider keine Artikelbezeichnung. Wenn jemand was ähnliches kennt oder wenn das jetzt irgendwie, auch nochmal so über 25 Ecken eine Kopie von irgendeinem ganz bekannten Designer oder von einem ganz bekannten Messer ist, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Mir ist jetzt im Moment nichts bekannt, in der Form oder was so jetzt auf dem Markt wäre. Ja, lasst es mich wissen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich sag wie immer, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis die Tage. Ciao. Ich sag wie immer, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis die Tage.